Heute ist Karfreitag. Die Christen feiern an diesem Tag das Andenken an Leiden, Sterben und Tod Jesu. Wir stehen hier in der heiligen Stiege auf dem Bonner Kreuzberg. Sie erinnert an das Haus des Pilatus in Jerusalem. Aber so kostbar und so angenehm wie dieses Bauwerk, das Balthasar Neumann errichtet hat, waren die Ereignisse damals in Jerusalem nicht. Jesus steigt die Treppe im Haus des Pilatus hinauf, um dort ungerecht verurteilt zu werden. Er, der die Menschen liebte, sollte sterben. Er, der barmherzig war, sollte leiden. Er, der die Liebe über das Gesetz gestellt hat, wird schließlich dem Gesetz unterworfen und gekreuzigt und stirbt. Aber Karfreitag, das ist nicht nur Geschichte, das ist nicht nur Erinnerung. Karfreitag geschieht auch heute. Ich denke an die vielen leidenden Menschen unter uns. Ich denke an die vielen leidenden Menschen auf unserer Erde. Mit ihnen ist der Sohn Gottes im Tod, am Kreuz solidarisch geworden. Daran denken wir heute und das dürfen wir auch ein wenig heute feiern.